Spannung? Das ist Spannung? Nee, wir wissen ja schon, dass wir die holen. Guck mal, da ist der Erste und da ist der Zweite. Ja, die sind links vorbei, die sind links vorbei. Die laufen weg. Welchen Haus? Achso. Achso, jetzt kommt es drauf an. Wollen wir hier unten gleich landen oder eher weiter hinten? Ja, ja, hier unten lieber. Da unten? Okay, gut. Dann machen wir das so. Dann können wir reingehen und alle abknallen. Das hört sich so schön an in der Theorie. Nimmst du die vorderen zwei, dann nehme ich die am besten, die hinteren. Okay. Ist hier einer. Hinter dir sind zwei auf jeden Fall. Okay, dann komme ich direkt zu dir. Ja, und die anderen sind alle beim Airfield. Die schaffen das nicht. Die schaffen das nicht. Ich dachte, du nimmst die vorderen zwei, okay. Also für mich sind da die vorderen zwei. Egal. Ist egal. Okay, okay, okay. So, wir finden jetzt erstmal irgendwie Waffen. Okay, ich habe eine Magdalenausklo. Bei mir aber auch irgendwie. So, bereit? Kommen wir jetzt mal zu dir. Wait a minute, wait a minute. Okay, ich stehe bereit. Oh, shit, die gibt es noch einen ausgegangen. Zuerst gucken, die sind ja da an den Häusern dran, ne? Mhm. Ich glaube, in dem großen sind die auf jeden Fall. Sollen wir hier warten, bis sie rüberkommen? Ja, ich sehe sie. Die sind hinter dem gelben Haus. Ja, nee, dann lass sie mal kurz ruten. Ja, bei dem großen auf der Terrasse sind zwei. Also beim großen sind jetzt zwei. Ja, das sind auch nur zwei, die hier gelandet sind. Dann lass sie am besten über die Straße pushen. Und wenn die kommen, dann schieß mal einfach drauf. Außerdem ist das von Vorteil, weil dann brauchen wir das Problem. Nein, nee, wir warten hier, bis sie rüberkommen über die Straße. Wir müssen ja zu uns. Achso. Ja. Hast du hier in der Garage drin? Äh, nee, noch nicht, aber warte erstmal kurz. Drageraum. Vielleicht gehen die auch Richtung Norden. Spannung? Das ist Spannung? Nee, wir wissen ja schon, dass wir die holen. Guck mal, da ist der Erste und das sind zwei. Ja, die sind links vorbei, die sind links vorbei. Die laufen, die laufen weg. Einer hat einen Hit. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Einer ist knocked out. Wo sind wir? Oh, der... Oh, scheiße. Sind beide tot. Kannst du auch hören. Da ist ein Baum dran, oder? Es sind beide tot. Achso. Ja. Ich hab die irgendwie nicht mehr gesehen. Die sind einfach so plötzlich verschwunden bei mir. Sehr cool. Okay, okay. Ach, hier Rande. Ja, ja. Ja. So. Na dann. Ich würde sagen, wir fahren hier noch zur Stadt, die direkt hier links ist. Im kleinen Dorf. Bist du sie sicher? Ja, natürlich. Ja, da drüben, ich sehe einen. Direkt da. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Auf der Straße vor uns. Ja. Und der sagt zum kleinen Schrottauto. Warte mal. Wo, genau? Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Ja, da vorne, vor uns in der Hütte, in der kleinen Hütte drin. Wir steigen einfach aus. Da drüben, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade woanders gedacht, aber gut, wenn du sagst, was. Komm, komm her, da drüben. Das ist ein Busch, glaube ich. Ich habe dann, ich habe das auch gesehen und dann dachte ich, das wäre... In dieser kleinen, winzigen Hütte. Da. Okay. Da war einer. Da war einer. Okay, na, sollen wir da schnell hinfahren? Hallo sagen? Ich wäre dafür. Ist das eine gute Idee? Ja, natürlich. Oh, AG. Warte, fahr weiter, fahr weiter. Ja, ja, ich fahr weiter. Ich gebe mir jetzt erstmal ein bisschen Deckung her. Wo schießt denn der? Ich sehe den nicht. In dem Haus irgendwo, oder? Ja, ist an der Mauer. Also, ich habe ihn schon gehittet. Okay. Gut standen. Also, hättest du eine Granate, wäre es jetzt... Ja, ich habe eine. Der perfekte Zeit. Oder der Smoke. Kobe! Gucken, ob er sich erschrickt. Ah ja, er geht... Oh! Du hast... Ich habe ihn getroffen. Er ist knocked out, er ist knocked out. Ah, nee, nee, warte. Nee, nee, der lebt noch. Da ist noch ein zweiter. Da ein Baum. Da, er kommt von der Hütte. Okay, der ballert irgendwie noch mehr rum. Fuck this shit. Okay. Komm zu mir am besten erstmal. Das ist schlecht, weil... Kannst du nicht zu mir kommen, gerade? So gut wie gar nicht, nee. Weil ich bin jetzt am Flanken. Auf jeden Fall ist der Typ, der in der Hütte war. Brauchst du Bandagen noch? Vorgelaufen. Ich habe Bandagen, passt schon. An dem Baum, an dem Baum da hinten. Down. Beide down? Okay, sehr gut. Das waren die vielleicht, oder? Also da, wo ich hier gucke, drüben. Ja? Drüben sind welche. Versteck mich mal hier. Mit einem paar Bandagen hier. Die haben unser Auto mitgenommen, glaube ich. Nee, die kommen mit einem Auto an. Ja. Ja. Merke ich auch. Ja, die sind hier. Die pushen jetzt gerade rein. Einer schon mal ausgenaukt. Ich habe keine Muni mehr, du musst mir helfen. Du musst jetzt pushen, du musst pushen. Der will den, der will den halten. Ja, da ist jemand drin. Ich habe ihn gekillt. Wow. Yo. Was ist denn? Was ist denn? Guten Abend, Killer Pie. Ja, na, Benz? Ja. Sorry. Den, den einen habe ich. Der lag hier, also der ist hier gekrochen. Okay, ich loot erst mal den hier. Oh. Guck mal, was die... Oh. Sag mal, die haben gut für uns gelootet, ey. Hm. Er soll nochmal schießen. Oder, oder wir schießen ab und zu mal und locken damit andere Leute an. Das wäre doch auch mal eine Taktik, oder? Ja, aber dann müssen wir die Position wechseln. Okay. Wo hin dann? Wo willst du schießen? Also, ich weiß nicht. Ich finde die Pose ja eigentlich ganz gut. Jetzt einmal schießen. Oh nein, ah. Schießt jemand auf mich? So, jetzt ist einer tot. Oh. Ah, von der... Der kommt schon mal da angelaunt. Nee, nee, das ist auf dem anderen Hügel. Ich sehe ihn. Richtung Südwesten. Da sind die oben. Sind angehalten. Ich sehe die. Ja, dann... Hier hinter uns sind noch welche. Ein Hit. Jemand fährt zu uns hoch. Okay. Er ist angehalten. Ich habe es gehört. Ja, die sind hochgefahren zu uns. Ich werfe mal eine Granate zur Sicherheit. Nicht erschrecken. Ich bin rechts von dir. Die haben auch eine Smoke geworfen. Auch cool. Ich habe geworfen. Ach so, okay. Smoke ist irgendwie sinnlos. Einfach so. Also ich meine jetzt allgemein, die Smokies sind los. Weil die nicht wirklich deckt. Die sind da angehalten, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die versuchen, uns, glaube ich, zu blankieren. Hoffentlich nicht. Auf dem anderen Hügel waren auch noch welche, die da angehalten sind. Lass mal weiter nach hinten gehen. Oh, hinter uns. Der hat einen Mate. Der hat noch einen Mate. Uh. Gut, dass... Gut, dass du gerade meintest. Lass mal nach hinten gehen. Der muss hier noch irgendwo sein. Da drücken auf dem Feld. Die laufen zum Air-Drop. Okay. Ah ja, ich sehe die. Okay. Der hat einen Hit. Einer schießt noch mich. Hinter uns. Hinter uns. Wo? Ich habe keinen First-Aid-Kit. Fuck. Wo ist denn der? Irgendwo hinter uns. Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Ich muss zurückpushen. Ich pushe den Berg runter erstmal. Ich habe keinen First-Aid-Kit. Wie viel hast du? Hier. Hier? Okay. Nur eins. Ja, leg das da hin und pushe noch weiter zurück am besten. Dann übernehme ich hier den Baum. Oh, was eine Absprache, ne? Hä? Hast du geballert? Ne, 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 ne. Also da, wo ich hinziele, ist da noch einer. Okay. Ja, ich glaube, wir sind gerade ein bisschen blöd umzingelt hier. Jo. Das ist irgendwie... Das sind auch noch welche. Okay. Lass auf den Berg hier rüber gehen irgendwie. Oder hier erstmal runter noch. Komplett runter. An den Stein, den du da siehst vielleicht. Dann flenken wir die. Wir gehen dann... Warte mal, wir müssen ins Gebiet rein. Wir müssen ins Zickzack laufen, nicht geradeaus. Unser Auto. Weißt du noch, wo wir unser Auto abgestellt haben? Dann gehen wir da jetzt hin. Ja, links. Links oben. Ja. Ach, die haben auch ein Buggy da oben abgestellt. Dann lass lieber den Buggy nehmen. Weil wir müssen jetzt gleich, ne? Das Gebiet wird jetzt verringert. Ja, stimmt. Zehn Sekunden. Ich hoffe, der Buggy steht noch da. Ja, da steht er noch links. Links. Okay. Cool. Vielleicht ist da ja jemand, oder? Ne, ne. Das waren die beiden, die auf dem Feld waren. Die sind ja ausgestiegen. Der hat ja auch vorhin beschossen gehabt, aber... Oh, fuck, oh, fuck. Schnell, 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 schnell. Nein. Man darf es nicht sparen, ne? Er ist tot. Er ist tot. Er ist direkt tot gewesen, ne? Komm rein. Nicht heinen jetzt. Ich geb Vollgas. Ich versuch, dich noch zu retten, ne? Fuck, Mann, ey. Ich muss hier runter. Du musst direkt runter, du musst direkt runter. Ich kann nicht sonst. Oh, was für ein Slide. Willst du dich heinen? Halt dich jetzt. Hast du ein First Aid? Halt dich jetzt. Nicht aussteigen immer deswegen. Ich halte ja an. Ja, Bandagen, ich habe Bandagen, ne? Nur Bandagen? Oh. Ja, passt schon. Warte kurz. Okay. Überallern sich da hinten noch alle. Schaffst du es irgendwie? Ähm. Es ist extrem weit. Ich glaube, du schaffst es nicht. Ich muss jetzt los. Ja, ich hab's schon wieder. Alter, das tut mir leid. Oh, Mann. Du hättest, du hast, aber du hast doch mir ein First Aid Kit gegeben. Ja. Und hattest du eins oder nicht? Nur eins. Ja, warum gibst du mir das dann? Hä? Du hast nicht wenig Leben? Ah, fuck. Jetzt hab ich aber einmal noch weniger Leben. Ja, geil. Jetzt hab ich das überhaupt nicht mehr beachtet. Oh, nee. Das war... Oh, nein. Das war jetzt bescheuert, aber egal. Oh, nee. Oh, nee. Ne 고�isch. Wuhe. Achiller.